hallo und herzlich willkommen zu rudolf blaze heute spielen wir wieder no man's sky im permadeath modus und wir sind ja hier bei der säuberung zum galaktischen zentrum voranschreiten ja hier waren wir überall schon sehr gut sehr gut das heißt hier oben auch schon ich glaube ja ich glaube ja impulsantrieb modul ist ja ich glaube da wollen wir wirklich schon gewesen oh nettes teil muss ich mir doch mal angucken gehen mit flügeln oben doch man 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 das wäre doch was das inventar gerät mal gucken ob man hier handelsboschen findet alles posten scanner aha sieht doch ganz gut aus die säuberung atlas weg ins ins 16 test ich müsste noch 16 mal also noch 15 mal verwarpen ja gute chance wir noch zu ihren oder anderen handelsposten zu gucken und schiff abzugreifen was sieht man hier noch gucken wir doch einfach mal was das hier sind soll große kälte große kälte öchter erwarten gehorsam ja jetzt sind schon hier tatsächlich eine große kälte wo ist hier etwa eine fabrik das ist ja also das wäre ja gar nicht mal so schlecht ich weiß schon wo die hier schwachpunkte sind ist aber mal gut hier ja wie viel da noch oder du springst nicht an du barriere nicht noch 436 ist doch nütz was ich da drauf schießen muss so jetzt gehen wir mal in das gebäude hier rin immer ruhig immer ruhig bleiben nachladen und genau so jetzt ist erstmal ruhe hier Lootboxen Lootboxen ist zwar im inneren aber steht trotzdem drauf verrostet Mikroprozessoren hat es gegeben das wollen wir noch beiseite nehmen das brauchen wir unbedingt Navigationsdaten Natrium brauchen wir auch nicht Phosphor und Projektil Munition so sehr schön sehr schön in der richtung geht es auch noch oh jetzt noch und Loot nehm ich hm wo oha was gibt es hier g g g g so g das g g g g Ich weiß nicht, dass ich da nicht brauchen wir auch nicht unbedingt brauchen wir einen schnitt weiter hier sammeln die steinhalt deaktiviert ist gut dann machen wir hier unser speicher signal hin speicher nach unten und dann gucken wir uns mal die kovacs operationszentrale an ahnung kondensator produktzeit doch es ist zu spät und ich bemerke dass ja alles bekannt vorkommt zu bekannt ich habe das schon einmal gemacht sehr oft sogar quantumprozessor produktrezept gelernt das hat sich mal wieder gelohnt wer sind noch davon du mir wollten ja eigentlich zu dem handelsposten das ist noch ein gebäude ist doch tatsächlich ein wikin ich muss mal gucken was er will oh hier gibt es sturm kristalle er steht da einfach ganz allein rum das ist ein kovacs ich mache mal mit dem kvaseln oh wahrscheinlich stimm ich Stehst du euch nicht gut, mein Kleiner? So, was ist da mit dir? Was machst du denn da? Hast du keinen Stuhl? Wollte ich mitholen? Hm, Reisender, du ist gefährdet hier, Lebensform. Ich werde aufladen deinen Anzug. Was bewegt sich gelassen? Durch dieses Terror. Die Eiskristalle, die sich aus seiner sithetischen Höhlen bilden, scheinen ihm nichts auszumachen. Okay. Bedanken und gehen, okay. Exo-Anzug, Temperatur gestiegen. Gehe ich nochmal mit dir, quasi. Was machst du denn hier? Okay, okay, okay. Alles klar. Das war nicht jetzt so auch noch nicht. So, verdichtet da Kohlenstoff. Könnte man sogar noch ein bisschen mal sammeln davon. Oh, Navigationsdaten. Sehr gut, die können wir immer gebrauchen. Ionen-Akku können wir auch gebrauchen. Kohlenstoff. Eigentlich mal Achterton, ne? Atrium. 2. Noch mehr Kohlenstoff. Wasserstoff-Geli. Projektiv-Munition. Erricht, da. Das ist so. 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 Der passt hier einfach auf. Na, Loot gibt's doch schon mal. Der passt hier. T, Klasse T, also wenn ich jetzt nicht unbedingt dem darf. Der passt hier. Hier. Klasse B hier. Klasse gar nichts. Klasse ist weg. Klasse B Jäger. Oha, hier ist doch so ein größeres Teil. A Entdecker. A Shuttle. Was ist hier? A Entdecker. Geknipp. Patrium. Mikro Prozessor. Mal hier. B. A. B. C Jäger. B. 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 Stürbstier. Zehjäger. Wehentdecker. Pirat. C-Shuttle. C-Shuttle. Halt mal noch eine Runde und dann hauen wir ab. Wir müssen gucken, ob die hier Navigationsdaten verkaufen. Räuchte ich noch ein paar. Wow, 40er Pack. Das ist nicht schlecht. So, ah, noch nicht gesehen. Äh, die haben hier nichts. Oh yeah. Und C-Entdecker. Aber der sieht auch nicht schlecht aus. Hier. B. A. B. C. B. 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 Mit dem Klasse-A-Shuttle. Was soll ich überhaupt nennen? Ein Unalaren hier. Ja, 28 plus 8 ist ein Max-Shuttle. Also, größer gibt es die Dinger nicht. Oh, was kommt hier? Ein C-Entdecker. Ach, komm mal. Der wär's gewesen. Der sieht ja echt schon nice aus hier. Es gut sich ändert das Gerät hier mal an. Mit den Flossen hier. Kann ich das hier, kann ich das hier oben nennen? B, Entdeckung, ja, kann ich. Russis, ah, Torwart-System, wo man es nitscht, genau. Das muss ich mir mal hier, das muss ich mir mal hier markieren. Ja, oder wenn ihr? Da könnten wir ja auch einfach ein Basis-Terminal hinmachen. Ist das denn möglich? Jaaa, so ist das schön. Basis-Beanspruch. Zack. Dann gehen wir irgendwann, gehen wir uns den mal holen. Jetzt mal hier noch umbenennen. Hm? Ah, das reicht doch. Gehen. Gucken, ob er es jetzt hat. Wo ist das? B-Transporter. B-Shuttle. Ein...irgendwas. A-Shuttle und ein C-Transporter. Entdecker im Russi-System am Handelsposten. He-He. Gucken wir uns noch einmal um. Noch irgendwas im Landeanflug, von dem wir wissen sollten. Nein. Nein. Oh ne. Also machen wir den Abgang. Äh. Äh. Gut. Jetzt können wir hier noch äh scannen nach. Sicherer, interessanter Ort. Operationszentral entdeckt. Jetzt haben wir nicht da, wo ich war. Fabrik. Na auf geht's. Dann machen wir hier gerade auch mit. Dann lernen wir noch was. Und dann warten wir mal weiter. Da ist mal so 3-5 Systeme geschaffen. Immer die Folge. Da ist so ein Sendeturm-Ding, ne? Ja. 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 Genau. Da declariert ... Ja. Ja. Niunurry. Neuneko Ernst. Hier давай, Auינagt力. Hier anscheinend eine Tierherde erwischt. So weit gehe ich nicht. Oha. Hier noch Platz im Inventar. Jo. Dann guck mal, was es hier gibt. Super Oxid-Kristall. Oh, warum nicht? So weit gehe ich nicht. Oh, mal auf mal ein Foto. Im Foto-Modus. Oh, interessant, interessant, interessant. Foto-Modus. Entstellungen ändern. Ah. 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 Das war's. Hier so Restteile Schiff Wenn die da was bänden Jawohl Stabiles Natrium Tetrakova Das nehme ich mit Kohlenstoffkristall Warum nicht Floor geht da auch noch Hier kann man einfach rein spazieren Herein spaziert herein spaziert Vorwachs sendetor Äh 240 Mal so Mal 4 Mal 4 Mal 4 Mal 4 340 480 Mal 2 Mal 3 Mal 4 Mal 5 Mist dann Ich blöde Nur 3 12 mal 4 148 1 mal 6 242 Mal 6 Ah Hätte ich noch gedacht Notrufkoordinaten Nur kann ich sie jetzt Frachterabsturzstelle Ah ne Das ist eh nix für mich Aber wenn hier schon der Mitarbeiter ankommt Warten wir doch mal kurz Mit Korwachs die wollen immer Verriet Oder auch nicht Wurde uns mal merken Da das kein Verriet ist Was sie wollen Also vor dem Patch Wollten sie immer Verriet Wollten sie immer Direkt attackiert Also echt Hast du doch mal den armen Rudolf in Ruhe Der hat euch doch nichts getan Katzennehmer Sauerstoffkapsel Schon wieder die hier Ooooooh Hmm Ist dann hier der Engel Oh ja Ehh. Äh! Loot! Noch ne Tür? haben wir jetzt letzt mal überhaupt unser signal in gesagt system archiviert eine große menge an sprachdaten es ist nicht genügend speicher vorbehanden um sie zuzuteilen also daten gestoppt erforderlich zuwenden verarbeiten ok ich würde sagen ungewöhnliches metall das wort für sein gelernt für hat das was danke du nix die fabriken übrigens dann auch zum action system jetzt ziel herz der galaxie außerhalb sprungreichweite außerhalb der sprungreichweite ja Geh mal hier. Das ist wieder soweit. Oh, der, der will es mal zeigen. Oh, was? Oh, da fehlt ein Stieg vom Frachter. Wieso das? Die Systembehörde, w-w-w-w-w-wollen die denn? Kann ich doch nicht landen in dem Ding. Ich bin jetzt nicht gerade so sicher aus, aber vielleicht lassen sie mich da wenigstens in Ruhe. Tatsächlich, dann gucke ich mich da mal um. Oh, hier ist Boden, hier ist Boden, hier gibt es Boden. Klasse B, das ist schon mal so schlecht. Das ist ja da auch mal komplett, hier. Ja, ne, klasse. Weiß ich nicht. B, 33 plus 4, unterdösen. 32, ja, dann hat sich schon erledigt. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Ich kann auch gar nicht die Mannschaft so wahrscheinlich an Zero angemerkt, oh ja ja so jetzt Nein, jetzt hier Operationszentrale entdeckt, das war doch dann was wir eben hatten Ortsdepot Nichts gefunden, alles dahin Na dann Wollen wir uns doch mal schnell umgucken P Entdeckungen Hmm Platin Ein bisschen tiefer, dann sehen wir auch ob hier noch Gebäude sind im Umkreis Oh, noch ein bisschen So müsste halt funktionieren Hier ist sogar schon was Oh, das ist ja Oh, das ist ja Oh, das ist ja Oh, das ist ja wie kein fabrik ja gut ich kann hören wie im bildschirm steht ein deutlicher countdown unbefugter alarm beginnendetonation organischer treibstoff ich kann hören wie sich die rohre rund um das zern treibstoffleitung blockieren neues rezept laden endlich das war noch die warpiper kern die schaltblatt haben wir das letzte geschenkt bekommen also komisch naja lernen wir mal noch den tragbaren reaktor und ich glaube das war es schon mehr gibt es nicht mehr oh man man ist ein bisschen tiefer würde ich sagen auch ne fabrik naja der ist schon besser bewacht ja ja ist ja gut wirklich jetzt wie in ihrem schuss ja ja okay okay mh 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 technologie aufgeladen gibt es gesundheit in kisten haha noch mehr ohoh Ja, eigentlich nur auf Navigationsdaten aus. Braucht das eigentlich auch nicht hier, das Platin. So. Speichersignal. Ich öffne eine Liste mit militärischen Errungenschaften, die auf dem Upload... Es gibt Bilder von entfernten Schlachten, blutverschmierten Robotern und enormen Explosionen. Garg, Ehrenhaft, Krieger, Tod, 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 Kriegentlohnung, Kriegentlohnung. Mein Begleitschreiber erwartet ganz klar etwas im Gegenzug, doch der Autor entschloss sich, es nicht zu senden. Ja, Kriegsaufzeichnung senden. Oh, ja. Ach, komm, da kann ich doch nichts damit anfangen. Oh, schade, schade. So soll ich jetzt... Ah, noch nicht gerade. Na ja, kann man nichts machen. Oh, immer ruhig hier. Nix gemacht. Gut. Huh. Das war's für heute. Soll nur kommen. Danke für den Überfall. War mir nochmal echt nett von euch. Da ist die Station. Hier geht's drin. Der war nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Machen wir hier mal ein Quick-Aploaten. Abchecken hier. Ne, ne, ne. Ja doch, da ist der Raumschiff. Ne, ne. Moment mal. Da brauchen wir noch für... Eigentlich brauchen wir nichts mehr. Komm, Kollege. Sprich mit mir. Ich hab doch eh schon gedrückt. Das war nicht, da ich erwärm mich aus. Was ist denn hier? Photon-Konon, Modul S. Zyklo-Konon. Das ist uninteressant. Alles uninteressant. Uninteressant. Reaktionsdaten. Urra, 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 urra. Das ist schon mal nicht schlecht, ja, aber. So. Ach, das ist... Das hängt hier immer noch... Wieso der? Exo-Fahrzeug-Terminal. Das hängt auch schon wieder fest. Langsam nervt das. Auf den Deutsch zeigen. Glutspeer-Modul A. Das ist alles. Schön. Die erreichen wir jetzt nur H-Missionen ein. Dörst, äh, interessante Nase und Horn. Dörst, äh, interessante Nase und Horn. Das ist alles. Dörst, äh, interessante Nase und Horn. Das heißt, die sind die. Das ist alles. Lass uns ein bisschen Mulch. Lass uns ein bisschen. Lass uns ein bisschen. Lass uns ein bisschen. Lass uns ein bisschen. Lass uns ein bisschenen. Nein, 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 oh Gott. Gülten gesandt da. Ein paar Units hat es gegeben. Verticken wir mal noch ein paar Sachen. Weg damit. Den will auch keiner haben. Das wird auch keiner. Schon die ganze Zeit weg. Weg. Eine Metallplatte. Ja, kann man so. Blutsperrmodul. Quassel mal mit denen noch zum Absturz. Ja, komm, die machen wir noch durch. Ich komm, wir haben ja jetzt gar nichts gemacht. Oh, der hat geschenkt gerade. Ja, wir sind schon wundern. Lass uns das nicht shredder. Ja, wir sagen uns das. Ja, wir haben ja jetzt deserve Punkt, Lisa erst hat das. Ja, wir haben das independum. du nicht weglaufen oh ja irgendwie hört alle ziemlich gleich aus die Geg hier auf der Station du, du kommst auch nicht einfach weg du musst auch noch mit mir reden fast akzeptabel besucht 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 Händler Tom was sieht so aus wie die ranhaut da, hier für ein Krüppchenbilder oh so, oh, die machen wir schon kurz gg 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 der hier, besucht den haben wir noch nicht du verstehst es nicht, es ist nicht gg das ist genau so, wie die anderen da hat schon mal einer gesagt wollen hier fünf freie Zwillinge ne, wir, äh äh, eine Zwillinge hier ja, da würde ich sagen sind wir leider nicht weit kommen müssen wir trotzdem Schluss machen ähm ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal euer Rudolf und bis zum nächsten Mal Vielen Dank.